Moin Leute, ich war schon lange nicht mehr bei YouTube unterwegs, jetzt bin ich natürlich wieder hier. Ich habe natürlich extrem viel Instagram gemacht, wenn ihr das da gesehen habt, habt ihr das wahrscheinlich auch schon gesehen. Es gibt so viele Neuigkeiten, ich kriege das gar nicht alles in ein Video rein. Aber heute geht es auf jeden Fall primär um das neue Snow Foam Shampoo von HQS Car Care, also von uns. Für einen extrem schmalen Taler, 7,90 Euro für einen Liter. Schäumt aber extrem stark, ist BH neutral, reinigt gut und riecht noch nach grüben Apfel. Aber was gibt es natürlich noch für Neuigkeiten? Wir haben einige neue Produkte und ich schneide die auch nur ganz kurz an, weil ich die in den nächsten Videos machen möchte. Sohle hat eine neue Schaumsprühe, 301 FB oder FA, also unter 7, über 7 pH Bereich, könnt ihr euch ja aussuchen. Heißen jetzt 303 FA, sehen eigentlich komplett anders aus, neue Hubstange, neue Drücker, generell rundere Optik und schäumt extrem gut. Natürlich noch mit der coolen Funktion Schaumintensität einstellen. Dann haben wir noch über HQS Car Care Rusty, wird denke ich mal nächste Woche rauskommen. pH neutraler Felgenreiniger, auch für einen brutal schmalen Taler. Dann Vellet Pro Keramikversiegelung, 24 Monate haltbar. Zusätzlich natürlich auch unsere Keramikversiegelung, HQS Gigacode. Dann Caravan Wash von Vellet Pro, hatten wir glaube ich schon mal, aber wird jetzt wieder im deutschen Markt neu etabliert. Ist natürlich ideal für, ja, wie soll man das sagen, Caravan, Wohnanhänger und sowas. Für diese ganzen Wasserstreifen, die ihr an der Seite habt, damit könnt ihr das Ganze waschen und solltet sie sich normalerweise gut entfernen lassen. Und natürlich ein extrem, also da habe ich, ein Jahr lang habe ich daran gearbeitet, damit ich dieses Projekt realisieren kann. Dope Fibers Sense, Holzanhänger, Duftholz, Hartholzanhänger, könnt ihr immer wieder verwenden und den beduftet ihr dann eben mit Duftölen. Ich schicke die Links unten mit dabei, ich schaffe es aber nicht alles in einem Video zu machen, deswegen kommt das auf jeden Fall im nächsten Video. Wir werden da über 28 oder es werden glaube ich dieses Jahr schon über 35 verschiedene Düfte sein. Von fruchtig bis verschiedenste Parfümöle machen wir im nächsten Video. Heute geht es auf jeden Fall um das Snow Machine Plus, ist ein PR-neutrales Snow Foam Shampoo mit einem sehr guten Tensit, was extrem stark schäumt. Ihr seht das selber auch schon, wenn ich das Ganze hier jetzt so einmal kurz schüttel. Ja, es war in der Abfüllanlage auch extrem schwierig abzufüllen. Gut für euch, es schäumt, schlecht für uns, weil in der Abfüllanlage schäumt es natürlich auch dementsprechend. Riecht extrem geil nach grüner Apfel, deswegen auch die grüne Farbe. Dieser grüne Apfelduft kommt auch selbst, wenn ihr das ganze Fahrzeug einsprüht. Ich habe eben gerade schon mal für euch nochmal einen Test gemacht. 20 Milliliter mit dem Scale Dope drauf, rein in den 301 oder jetzt neuen 303 FA oder FB. Dann einen Liter Wasser mit dazu und kurz ein bisschen schütteln und dann eben ganz normal auf die Oberfläche auftragen. Und ihr seht, die Schaumbildung ist wirklich extrem gut. Das Schaumbild ist auch relativ gerade, jetzt nicht nur oben und unten. Natürlich bei Druckabfall ist das ein bisschen anders. Aber wenn ihr den richtigen Druckbereich habt, dann habt ihr ein gerades Schaumbild. Eine sehr gute Schaumbildung und der Schaumbild bleibt natürlich auch relativ lange. Und ihr könnt natürlich auch nochmal sehen, dass die, nachdem der ganze Schaum runtergeflossen ist, ohne irgendetwas abzuwaschen, dass besonders dieser Sahara-Staub, der jetzt auch noch auf diesem Fahrzeug mit war, das ist das Auto von meiner Freundin, werden wir gleich nochmal richtig waschen. Oben seht ihr, ist der Sahara-Staub noch vorhanden, unten ist der so gesehen fast schon vollständig weg. Wofür natürlich auch ein Snowform-Shampoo auch steht und zwar zur Vorreinigung. Das heißt, dadurch, dass es ganz pH-neutral ist, könnt ihr das für alle Wachse, Versiegelungen, Teflon-Versiegelungen, Keramik-Versiegelungen etc. verwenden, ohne irgendwelche Bedenken dabei zu haben. Der pH-Wert liegt hier bei 7,3. Habe ich selber auch nochmal nachgemessen. Ist alles komplett safe. Und besonders dieser grüne Apfel-Duft ist extrem geil. Den werden wir später auch noch in der Dopfhäufer-Sense-Serie, denke ich mal, mit aufnehmen. Das war ein kurzes Video zu dem neuen Snow-Machine. Ist ab jetzt erhältlich bei uns im Shop. Schaut einfach unten in die Links mit rein. Habt ihr irgendwelche Fragen, schreibt es in die Kommentare oder schreibt mich direkt an. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ansonsten subscribe, like und teilen. Bis zum nächsten Mal.